Herzlich willkommen zu Plenum TV, das Magazin. Dieses Mal mit einem Spezial zur Landtagswahl. Wir befassen uns dieses Mal mit dem Wahl-O-Maten. Er soll eine Entscheidungshilfe für noch unentschlossene Wähler sein. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Zusatzwahl am 15. September. Hier soll die Bayerische Verfassung gleich in fünf Punkten geändert werden. Und Plenum TV blickt zurück mit den scheinenden Abgeordneten Franz Margit von der SPD und Klaus-Dieter Breitschwert von der CSU. Am 15. September ist die Bayerische Landtagswahl. Sie wissen noch nicht, wen Sie wählen sollen? Fast der Hälfte der bayerischen Wähler geht es ähnlich. So auch Simon Weiser. Zum ersten Mal in seinem Leben darf der 18-Jährige bei der anstehenden Landtagswahl seine Stimme abgeben. Der Wahl-O-Mat kann dem zukünftigen Studenten dabei eine Orientierungshilfe sein, die Simon Weiser gerne in Anspruch nimmt. Es hat Spaß gemacht, weil es eine gute Möglichkeit ist, seine eigene Meinung mit den Meinungen der Parteien abzugleichen. Und es ist eben auch relativ einfach zu verstehen. Deswegen muss man sich nicht irgendwo groß einlesen oder so, was ja oft eine mögliche Blockade ist, sich mit Politik zu beschäftigen. Entwickelt wurde die Internetanwendung von der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, gemeinsam mit dem Bayerischen Jugendring und der Bundeszentrale für politische Bildung. Der Wahl-O-Mat richtet sich vor allem an Jungwähler, die mithilfe von unterschiedlichen politischen Positionen herausfinden wollen, welcher Partei sie offenbar am nächsten stehen. Auch CSU-Landtagspräsidentin Barbara Stamm hat den Wahl-O-Mat getestet, gemeinsam mit SPD-Politiker Leines Förster. Und siehe da, die meisten Übereinstimmungen gibt es laut Wahl-O-Mat mit der SPD. Also wir haben ja hier sehr kompromissbereit gearbeitet miteinander und da muss dann natürlich so ein Ergebnis herauskommen. Aber ich glaube, unser Beider jetzt, die hier miteinander auftreten, bedeutet eben, dass man sich von den Inhalten her in vielen Dingen einig ist. Zu ähnlich sind anscheinend die Inhalte der großen Volksparteien geworden. Wie soll der Wähler da noch den Überblick behalten? Der Wahl-O-Mat gibt Orientierungshilfe. Zu 38 Thesen zu Wirtschaft, Familie, Bildung, Arbeit oder Integration soll der User Stellung beziehen. Die erste These ist zum Beispiel, in Bayern sollen Geschäfte an Werktagen länger geöffnet haben dürfen. Das ist eine These, damit kann jeder was anfangen. Jeder weiß, hat das Geschäft noch offen, hat das nicht noch offen, hätte ich das gerne noch länger. Und da kann man dann mit Stimme zu, Stimme nicht zu oder neutral antworten. Der Wahl-O-Mat ist ein Instrument des Bürgerrechtschaft. Warum? Weil es Wahlrecht erklärt. Und die Möglichkeit, die gegeben ist, ist für junge Menschen mit einem niederschwelligen Angebot, sich politische Inhalte, die zugegebenermaßen in manchen Fragen auch etwas zugespitzt sind, zu erschließen. Simon Weiser hat den Test am Wahl-O-Mat inzwischen beendet. Das Ergebnis? 69,8 Prozent Übereinstimmung mit der CSU. Ob er aber auch tatsächlich so wählen wird, verrät er uns nicht. Politik ist ja dann auch immer personenbezogen und das hat man jetzt im Wahl-O-Mat nicht. Und da muss man natürlich auch noch schauen, ob man natürlich jetzt mit den einzelnen Personen, die hinter der Partei stehen, auch zurechtkommt. Bis zum 15. September kann der Erstwähler noch überlegen, wem er seine Stimme gibt. Vielleicht wählt Barbara Stamm ja dann die SPD. Der 15. September steht vor der Tür. Die Landtagswahl rückt näher. In diesem Jahr wird nicht nur der Landtag gewählt. Der bayerische Wähler gibt außerdem seine Stimme für oder gegen die Änderung der bayerischen Verfassung ab. Denn dafür braucht es nicht nur eine Zweidrittelmehrheit, sondern auch die Zustimmung des Volkes. Stimmen die Bayern zu, so werden insgesamt fünf Verfassungsänderungen in Kraft treten. Hitzig debattiert wurde besonders ein Punkt. Eine Änderung des Artikels 70 Absatz 4 der bayerischen Verfassung würde dem Landtag mehr Souveränität gegenüber Bund und EU einräumen. Etwa durch Volksentscheide bei europäischen Regelungen. CSU, SPD, FDP und Freie Wähler sind sich einig. Mehr Kompetenzen für das Landesparlament. Ein sogenanntes imperatives Mandat. Durch die Verfassungsänderung ist es so, dass der Landtag in jedem Fall die Staatsregierung binden kann, wenn er das für notwendig hält in ihrem Abstimmungsverhalten im Bundesrat. Und es besteht gleichzeitig die Möglichkeit, dass dazu auch Volksbegehren und Volksentscheide stattfinden, wenn es darum geht, dass ausschließliche Gesetzgebungskompetenzen des Landes auf die europäische Ebene übertragen werden sollen. Es geht eigentlich nur darum, dass in den Fällen, wo wirklich substanzielle Rechte des Landes betroffen sind, der Landtag dieses Verfahren anwendet. Er ist selber Herr des Verfahrens, er kann darüber entscheiden. Das ist im Moment nicht aktuell, aber es kann jederzeit aktuell werden. Und für diesen Fall, glaube ich, sind wir gut gerüstet. Während sich vier Landtagsfraktionen für die Verfassungsänderung ausgesprochen haben, nimmt die Fünfte eine klare Kontrahaltung ein. Die Grünen erheben den Vorwurf von Populismus und Makulatur. Es handelt sich um eine reine Alibi-Veranstaltung, weil die fünf Verfassungsänderungen im Endeffekt keinerlei Konsequenzen nach sich ziehen werden. Weder bekommen die Kommunen mehr Geld, noch bekommen die Ehrenamtlichen mehr Freizeit für ihre ehrenamtliche Arbeit. Oder auch der ländliche Raum wird weiter ausbluten. Was wir bräuchten, ist wirklich eine Gesetzgebung, die mit klaren Forderungen und klaren Rechtsgrundsätzen diese auch einklagbar macht, was sie bisher als Staatszielbestimmung ja nicht sind. Wer sich am Ende durchsetzen wird, entscheidet sich am 15. September bei der Landtagswahl. Es ist die Schlussphase des Wahlkampfs. Wir haben zwei Urgesteine der Landespolitik zu aktuellen Themen und ihrer Zeit im Plenum befragt. Franz Margit von der SPD und Klaus-Dieter Breitschwert von der CSU. Wenn die Bundesregierung Länderangelegenheiten an die EU abdraht, war Bayern bisher machtlos. Dass dies geändert werden müsse, stieß im Landtag auf große Zustimmung. Europa ja. Noch nur mit einem souveränen Bayern. Ich bin für ein Europa der Regionen. Wir haben ja ein föderales System. Also ich bin auch in Frankreich öfter zu Hause, auch mit politischen Verbindungen. Die leiden sehr unter diesem großen Zentralismus. Und das föderale System ist einfach besser. Denn die Dinge, die wir regional oder vor Ort sowieso, das praktizieren wir ja, lösen oder regeln können, sollen wir regional regeln und nicht auf der europäischen Ebene. Die ist dann sehr weit weg. Dort wird das geregelt, was eben nicht anders gemacht werden kann. Ich bin sowieso ein großer Fan, ein großer Anhänger der bayerischen Verfassung. Ich empfehle das jedem Bürger mal, sich da reinzulesen. Das ist ein unglaublich interessanter Text. Und das ist eigentlich die Richtschnur für politisches Handeln. Ganz modern, obwohl die Verfassung jetzt auch schon über 60 Jahre alt ist. Und eine solche Verfassung muss immer wieder auch aktualisiert und auf den neuen Stand gebracht werden. Und deswegen jetzt Verfassungsergänzungen und Änderungen, die ich positiv finde. Unter anderem ein klares Ja zur Europäischen Union. Das finde ich ganz richtig auch für den Freistaat Bayern. Und hier auch die Möglichkeit, dass ein Land in Deutschland bestimmte Regelungen der EU auch kritisch sehen kann. Und hier auch Einwirkungsmöglichkeiten und Zustimmungsverpflichtungen bestehen. Also ich glaube, eine gute Verfassungsänderung auch an der Stelle. Nicht wenige Parlamentarier können auf jahrzehntelange Amtszeiten zurückblicken. Doch wie hat sich zum Beispiel der Wahlkampf verändert? Wir haben heute stärker einen medialen Wahlkampf, das muss man zugeben. Früher war das noch stärker vor Ort. Das ist man heute auch noch an Infoständen und Ähnliches. Aber gerade im ländlichen Raum zum Beispiel hat man natürlich früher die Gasthäuser gehabt. Das hat sich etwas reduziert, die Zahl dieser lokalen Veranstaltungen hat sich reduziert, weil das Interesse dann noch bedingt ist. Die Leute bilden sich dann doch über die große Politik ihren Eindruck über vor allem die Telekommunikationsmedien oder auch über Printmedien oder Ähnliches. Ja, wir müssen im Detail eben sehen, dass man eben die eigenen Dinge auch herausstellt, die man für die Bürgerinnen und Bürger gemacht hat. Es gibt einiges, das wird wohl immer gleich bleiben im Wahlkampf. Das ist die Übertreibung zum Beispiel, das sind die Bierzeltreden, wo kräftig auf den Putz gehauen wird. Das, glaube ich, sind Rituale, die kann man in einem Wahlkampf schlecht abstellen. TV-Duelle gibt es jetzt auch schon erfreulicherweise seit längerer Zeit. Es gab ja auch schon Duelle Schröder gegen Stoiber oder ich konnte mich mit Herrn Beckstein auseinandersetzen, so wie jetzt Christian Ude mit Herrn Seehofer. Ich glaube, auch das ist mittlerweile zu einem Ritual, zu einem festen Bestandteil von Wahlkämpfen geworden, auch die Plakate. Aber es gibt andere Dinge, die kommen immer stärker und das ist schon etwas Neues. Ohne Facebook zum Beispiel, ohne diese sozialen Medien, kommt heute ein Spitzenpolitiker nicht mehr aus. Es wird getwittert, die Einladungen kriegst du mittlerweile über Internet natürlich, über E-Mail-Verteiler. Und über Facebook hast du plötzlich 10.000 Freunde. Das hätte ich mir nie vorstellen können früher, dass ich 10.000 Freunde habe. Das ist jetzt ganz was anderes. Und ohne diese neuen Medien kannst du heute nicht mehr erfolgreich Politik machen. Die Prognosen für die Wahlbeteiligung erreichen neue Rekordtiefs. Noch nie zuvor war das Desinteresse am politischen Geschehen so groß. Doch wie wichtig ist so ein Urnengang eigentlich? Ich bin immer wieder überrascht, mit welch geringer Wahlbeteiligung Verfassungsänderungen normalerweise durchgeführt werden. Wir haben ja wieder vier, glaube ich, Verfassungsänderungen jetzt. In Bayern muss das Folgejahr zustimmen, zwei Drittel Mehrheit im Landtag, dann Zustimmung der bayerischen Bevölkerung. Da bin ich immer wieder überrascht, wenn das separat abgestimmt wird, wie gering die Wahlbeteiligung ist. Das ist die Frage, wie gelingt es, die Leute dafür zu interessieren. Sie, die Medien, haben hier eine ganz große Verantwortung, eine riesige Aufgabe. Auch die Printmedien natürlich und auch die elektronischen. Auch das der Bevölkerung nahezubringen, die Leute das einfach wissen, weil sie sich ja nicht ständig mit Politik befassen. Das ist ja ein ganz normaler Vorgang. Wir tun das den ganzen Tag, weil es unsere Aufgabe ist. Ich will nicht sagen, unser Job, aber es ist unsere Aufgabe, dafür sind wir gewählt. Und wir müssen auch versuchen, das der breiten Öffentlichkeit zu erklären, was schwer genug ist. Also ganz kurz, wie wichtig ist es jetzt, am 15. September zu wählen zu gehen? Das ist enorm wichtig. Das ist erstens für das Ergebnis wichtig. Und das ist die einzige Art und die stärkste Art, wie man wirklich mitwirken kann, etwas zu verändern oder auch etwas beizubehalten. Demokratie ist ein unglaublich hohes Gut. Viele Menschen in anderen Teilen der Welt würden sich sehnlichst wünschen, in einer Demokratie leben zu dürfen. Aber Demokratie funktioniert natürlich nur, wenn es Demokraten gibt und wenn es Menschen gibt, die sich beteiligen. Und deswegen, glaube ich, sollte jedem bewusst sein, dass wir in Freiheit leben können in Deutschland, dass wir in Frieden leben können, dass wir einigermaßen Wohlstand haben, dass wir einen Rechtsstaat haben. Das fällt nicht vom Himmel. Das müssen sich die Menschen selber erarbeiten und immer wieder auch sicherstellen. Und das kann man nur durch demokratisches Engagement. Und wählen gehen ist ja nun wirklich kein großer Aufwand. Diesen Aufwand sollte jeder auf sich nehmen, hier seine Stimme abzugeben. Denn nur wenn er wählen geht, hat er aus meiner Sicht danach die Berechtigung, auch etwas zu kritisieren. Wer nicht hingeht und wer sich nicht beteiligt, der sollte nachher auch nicht kritisieren, denn er ist ja selber schuld. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Menschen leben gern in Bayern. Es geht uns gut. Wir erreichen mittlerweile europäische Spitzenwerte, was die Wirtschaftsdaten anbelangt. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das ist Ihnen zu verdanken. Ihrem Fleiß, Ihren Optimismus, Ihre Kreativität. Sie bringen sich ein mit Ihrem Wissen, mit Ihrem Können. Und Sie bringen sich ein vor allen Dingen auch mit viel bürgerschaftlichem Engagement. Danke für das, was Sie geleistet haben in diesen fünf Jahren. Am 15. September sind in Bayern Landtagswahlen und die Wahlen zum Bezirkstag. Der Bezirkstag ist gerade in Ihrer Region für die sozialen Belange der Menschen in der Verantwortung. Gehen Sie zur Wahl. Bringen Sie Ihre Stimme mit ein. Sie können mitentscheiden, wer in den nächsten fünf Jahren für unser Land, für unsere Heimat politische Verantwortung hat. Leben Sie in Ihrer Pflicht als Staatsbürger und Staatsbürgerin und tragen Sie mit dazu bei, unsere parlamentarische Demokratie zu stärken. Ich danke Ihnen. Das war es wieder mit Plenum TV, das Magazin, einem Spezial zur bayerischen Landtagswahl. Das war es wieder mit Plenum TV.